hallo leute und willkommen zu einer neuen aufnahme von feuerampel 8 der secret stones oh ja mein letztes mal sind wir in den form von wie hieß der jetzt form von weini weil die weini hat vergessen tut mir leid leute auf jeden fall geht es jetzt hier weiter und ich entschuldige mich gleich mal fürs letzte mal ich habe da echt ein paar dumme sachen gemacht und ich glaube die aufnahme war allgemein nicht so toll von meinem kommentar stil es tut mir leid das tut mir leid die zweite nicht mehr sagt also nicht noch mal abends aufnehmen ich war so müde und wahrscheinlich einfach nicht konzentrieren und so und nein auf jeden fall leid und wir machen jetzt weiter ich habe schon alles vorbereitet sofort starten können und schauen wir mal so auf jeden fall habe ich geguckt die ganzen skelett ritter die außen jetzt hätten sie schwerter haben mit einem land sind das ist sehr gut da ist meine beiden axt kämpfer werden sich hier mal drum kümmern geben wird auch ein bisschen nicht mischen ja das kannst du so ausrichten kann sie weg machen ist nicht schön boom boom also schön mit fernkampfwaffen für die ganzen bogenschützen also man gibt drei hier die jetzt hier die sterben äh sterben stürmen werden die drei stürmen jetzt machen sie werden das schön machen wie weit kommst du so weit ok media geht doch mal bis hier hin obwohl die langen sperr weiß ich probiere doch irgendjemand an sich marissa geht mal da hin wo die getroffen werden ja aber das macht nix da geht man nach da da hin gut ach so geht es da gucken ob er natürlich kommen die haben wir denken dann für probieren habe ich vergessen jetzt die eisenaxt aus die europa achst ausrüsten aber guckt mal jetzt mit der eisenaxt 20 prozent mit chance das ist wow was willst du denn voll ausgewischen kurzsperr ok ich habe ich habe bei beiden vergessen die vor auszurüsten das war ja sehr schlau aber hier super gemacht naja so dazu möchtest du dich nicht mal in diesen bogenschützen kümmern oh ja das möchtest du wirklich gern machen jetzt aber ich mitgenommen weil er sehr effektiv die um toten gegner und daher habe ich immer gegen lute ausgetauscht weil ich denke er bringt doch ein bisschen mehr ihn hat man auch schon weil ich dabei was das der tasche hat mit ihren kannst du dich auch ganz ja selber diese magie auch sehr kreativ also wird aber anscheinend war diese sorgen unbegründet jaja sowas du stellst dich jetzt mal schön dahin aber jetzt wirklich mit einem wurfbeil aber ich so schön als auf fernkampfhafen ausgelegt also der da genug hat und du stellst dich dahin moment ja da ist ein bogenschutz den angreifen könnte gut dann wird er jetzt wohl frei ausgerüstet bekommen so rüster ja geht da hin Amy nach da und der medie geht hier hin mit der steilanz jetzt so ja nicht getroffen hahaha tschüss ach ist das nicht wunderbar ja es ist wunderbar also ich spinne muss ich auch passen kein schaden ufs bei ihnen habe ich natürlich jetzt die dings vergessen das egal lock ich die eben einfach ist auch gut so du bist auch hier nee du hast ein Schwert sogar okay ich glaube Amelia möchte auch mal gut da ran jo lass noch die steilanz verbraucht und ein quit sehr schön sehr schön gemacht Amelia ich bin stolz auf dich das war's mit der steilanz sehr sehr schade äh Marissa ist jetzt das nächste Mal und ein quit oh yes man die bringen doch gar nicht so viel erfahrungspunkte ich habe mir das jetzt irgendwie schwerer vorgestellt sie sahen so stark aus aber ich habe mich bei getäuscht und dann bin ich noch einmal hier äh hier ist es und da bin ich schon vorher ein schwertkämpfer genau das kann dann wie jedem machen für eisenland so ich habe echt angst hier vor der etage aber irgendwie sah nur das schlimm aus naja habe ich mir sonst etwas zu starken mitgenommen obwohl ich immer noch eins für diesen boss hier habe nicht von dir du bist der boss der boss man ja seine waffe ist gar nicht so ungefährlich kenne ich uns sehr gut ich glaube nicht frischer nacht da hat auch keiner vorne nanny kann hier hin und was geht da da kommen sie ja komm wir sind eigentlich zu erleben oh naja schwimmt er doppelt ha 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 habe ich ganz vergessen und raus hier haben ein wurf weil er festgeschwindet einmal mhm 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 tascha was gibt es du denn ja moment muss ich noch mehr bogen schützen ja einer fischern kriegst du durch den bogen schützen vier das ist 30 prozent okay mach mal tschüss das wenig bringt so verdammt wenig ich komm dran ich hab da eine axt oder ich hab da ein klingmeister pech für ihn so ein quid man boom alter was mit quids heute los wir quid und die ja total weg zu wegen mit dem niamidon okay elf lager amelia ja komm dran das reicht aber nicht es reicht nicht nee es reicht nicht dann du ja boom boom machen die alle hinter der wand fertig bevor sie hier ankommen sind sollten tot ja das waren jetzt ziemlich alle gegner auf dieser auf diesem weg auf diesem weg jetzt wird dieser weg wird kein leichter sein sorry das ist mir jetzt irgendwie gerade in den sinnen gekommen aber nun ja eigentlich jetzt der soll ja immer das sagen was er gerade denkt das war also fast immer komplett alles zu sagen mir könnte vielleicht etwas nicht ganz so gut sein aber fast alles denke ich mal trifft es gut naja äh so das ist ein langen Bogen Kumpel das ist ein langen Bogen ja so wirst du das so spielen jetzt stürmen wir schön na 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 überhaupt so das taue ich freue mich bis ein paar Gegner kommt das Spiel ist so cool ey es gibt so viele tolle Charaktere das gibt es gar nicht mehr stärkig fast alle trainieren weil wir ja auch oft verschiedene Charaktere nehmen und nicht immer dieselben wie ihr seht na gut es gibt paar Ausnahmen Marissa und so und Natascha oh was also von hinten welche nehmen die nehme ich auch immer schreckt mir gerade auf gut sie nehme ich auch sehr auf da war paar wechsle ich auch immer mal aus und ja und ja 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 ähm komm langsperr und also super äh ja also super was hat der nur eine Eisenachse bekommen würde vollkommen so wehtun und vor allem wenn der Schwerdkampf zuerst kommt was ich vermute dann kommt der sowieso nicht ran falls er was aber wenn der Schwerdkampf verstirbt dann ok vergesst was ich gesagt habe man 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 ich hätte jetzt doch aufpassen sollen aber ich denke mal das geht gut ich möchte aber warte mal welcher beste Typ hier 6 komm der kann nix Angriffswerte stecke 6 verteidigung 10 das versteht sie das versteht sie sag ich darf ich zumindest ist so solche dappen was habe ich eigentlich Angst was habe ich denn Angst ja komm zeig ok er hat getroffen schön schön für ihn dass er getroffen hat aber meine Angst war unbegründet ah ja jetzt kommen wir auch noch so er hat der langbogen der Typ die habe ich wieder vergessen na gut die haben die haben hier zwei wochen wo ein klingmeister hat eine stahl axt äh hm ich lasse die einfach mal kommen Gideon wird sich um die netten Herren kümmern äh nein ähm Amelia Eisenschwert und weg so genau stahl axt okay ist in Ordnung nicht können wir mal wie da ja nehmen wir auch eine stahl axt führen unser bogenschütze lalalala natasha kommt nicht an dem medier an schade ich glaube ich würde dann aber auch so machen dass ich jetzt den turm so weit mache wie es geht und danach werde ich da muss ich ja wieder den turm verlassen sobald ich nicht mehr weiter kann da werde ich glaube ich so machen dass ich erst nach ende des spiels noch mal den turm komplett mache also ne ich mache dann ich mache den offscreen noch mal so weit wie ich jetzt gekommen bin wie werde ich jetzt kommen wie soll ich sagen werde ich kommen konnte wenn ich jetzt zum beispiel bis vier kommen dann mache ich offscreen dann nach dem ende des spiels bis zu vier vierten ebene auf screen und dann machen wir zusammen die fünfte das war das würde so dass wir alle zusammen einmal mindestens einmal gemacht haben ich hoffe ihr versteht wie ich das meine mann wird so schlecht sowas zu erklären verzeiht mir warum bin ich so schlecht in sowas ja ja wenn ihr das nicht verstanden habt ihr werdet schon sehen was ich mir hinkte aber okay okay ne das reicht nicht das ist ein fegenmeister zu dir ja ja obwohl die anderen haben eine achse suboptimal aber wir sprechen hier von gilliam der ihr wissen ja die stahlharte wand die stahlharte wand die wird niemand besiegen und außerdem habe ich noch gehört es habe ich schon mal ein bisschen erkundigt kann man sagen soll ja noch ein ding geben noch sowas wie den form von weini eben nur also so als eine art rühne aber das prinzip und da ich habe gehört in den spielkammer gibt es noch ein bisschen was zu tun wenn die story vorbei ist und durch mal ich glaube ich schicke ihn nach unten dafür müssen helfen ja boom boom so ja ich bin vorbei jetzt gibt es ja noch ein bisschen weiter kann noch was machen bevor man auf der weltkarte uns rumlaufen und dann werde ich den die die ruine komplett machen also der ich gerade gesprochen habe und diesen form weil ich glaube ich will zuerst den tor machen weil er etwas leichter ist der sek mit tiefen schaden gemacht und gilliam du hast mit 84 treffer chance daneben geschlagen was ist das denn ich habe enttäuscht dass du gerade okay ist auch nicht schlimm zum beispiel immer sorgen mein eigenheiten sind super also wie gesagt nach dem haupt spiel mache ich der macht sogar schaden viel schaden ja damit nach dem haupt spiel werde ich denn den tor und die wie es geht danach nach dem spiel weiß ich denn da weiter wo ich aufgehört habe für euch also ich muss dann noch mal die erste ebene machen so wie es aussieht aber naja kann ja egal sein gut jetzt habe ich glaube ich gut erklärt und manche weiter gehen vom fernkampf holen also eisenland so ja ich habe richtig bock auf dem general hier müsste schon der b6 sehen müssten ich habe das dritte machen was wir bekommen haben dann könnte ich auch generell was macht das grüne eigenheit ritter du wirst dann zu general damit müsste er sich aus dem general weiter anwickeln können glaube ich das ist auch für das war das wieder schon mal was schönes so müssen wir uns um den hier kümmern im prinzip eine achse so wäre schwertkämpfer jetzt nicht schlecht also macht es aber da kommt noch nicht an man ähm stehe ich es jetzt mal dahin und ich habe mich schon erst davor schnallachs das ist im prinzip schon mal geschlecht alle bauten Das macht ihn weg. Okay. Boom. 30 Schaden. Zwar nicht gedoppelt, aber trotzdem. Und er bringt sogar gute Erfahrungen. Und Rost ist auf Level 20, Leute. Oh yes, oh yes, oh yes. Das heißt, wir können ihn jetzt entwickeln. Oh yes. Geile Scheiße. Jetzt wird er noch krasser. Sehr schön. So, Arthro dahin. Manny geht mal nach da. Manny geht hier nach vorne. Mit den Langsperren. Das ist ja jetzt schon weg. Soll der Rest auch kein Problem mehr sein. Kasia nach vorne. Dem, 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 dem. Oh, der macht... Natürlich, der trifft jetzt mit 37%. Der, der viel Schaden macht. Manchmal ist das Spiel, hasse ich dich. Aber noch manchmal. Im Prinzip bist du ein super Spiel. Ich mag dich. Hm, 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 hm. Ja, komm. Geh auf, Rost ist auch okay. So, Natascha. Wird jetzt Amelia wieder heilen. Äh, ups. Heilung. Dem, dem, dem. Wir würden ja nicht, dass hier irgendwelche blöden Umfälle passieren, ne? Das wäre ein bisschen doof. Das sollte sonst eigentlich gar nichts mehr machen, weil... Der kriegt keine Erfahrung mehr. Hm. Darum, Rost gehen wir mal weiter nach hinten. Mach mal hier auch Dots für den Nanny. Dass sie sich um den Zombie kümmern kann. Jo. Team. Wow, der hat auch eine V aufgebracht. Level 17. Haben wir was für ein Bonschitz weiter zu entwickeln? Ich hab's von fast nicht. Das macht mich ganz etwas. Traurig. Ähm, Marissa. Ja, Marissa. Hat auch nicht so viel gemacht. Eisenschwert. Vielleicht macht sie ein Quit. Nö. Echt? Aber auch so. Aber cool gewesen. Was haben wir hier noch? Teufelsachse. Oh, oh. Die ist... Sehr gefährlich. Da muss ich aufpassen. So, du. Kommst hier hoch. Arthur kommt auch nach vorne. Amelia. Du. Wir haben noch Faircamp noch einer. Ja. Wäre aber dann nicht Guillermo. Ja. Ich glaube, der kommt sowieso nicht mehr oben an. Wunderbar. Was soll's? Wir vollständig. Barkeitshalber. Wie lange ist der Part jetzt eigentlich? Er ist vorbei. Gut, Leute. Ähm. Ich würd's sagen. Äh. Wir... Ich mach hier ein... Einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ciao und bis dahin. Wie lange nicht dranh notification. Ich mach. Aber mit dem flachen. Und des Darks. Wir hab auch Verräume. und beim Teof.